. Prinz Oschka und Schwester Eschstelle, neue süße Frühlingsbilder. Prinz Oschka, zwei, und Prinzessin Eschstelle, sechs, genießen gemeinsam den Frühling. Im Moment sind die Blicke aller Rollfans nach Großbritannien gerichtet, denn am 19. Mai werden sich Prinz Harry und Meghan Markle endlich das Ja-Wort geben. . Doch noch vor der Trauung der beiden sorgt nun die schwedische Krone für Schmachtalarm, es gibt neue offizielle Bilder von Oschka und Eschstelle und die Geschwister sind offenbar ein eingespieltes Team. Erst im März staunten die Fans von Viktoria, 40, und Daniel, 44, von Schweden nicht schlecht, wie groß ihr zweijähriger Sohn Oschka in den vergangenen Monaten geworden ist. . Auch seine Schwester Eschstelle scheint in ihrem Bruder mittlerweile den perfekten Spielkameraden gefunden zu haben. . Die aktuellen Bilder der beiden fangen das Duo beim ausgelassenen Herumtoben ein. . . An der Seite der Sechsjährigen geht der kleine Oschka auf Erkundungstour im Hagerpark in der schwedischen Gemeinschaft Solna. . Oschka's verschmitztes Grinsen deutet darauf hin, dass in dem Jungen ein genauso großer Schelm wie in seiner Schwester steckt. . Mit zahlreichen Aktionen wie Mödesgehen bei offiziellen Events oder das Abschlecken von Glaszeiben vor den Augen der Fotografen, mauserte sich Eschstelle in den vergangenen Jahren zum beliebtesten Frechdachs der Schweden. . 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 Untertitelung des ZDF, 2020